Können wir uns jetzt scheiden lassen? Ja, wir haben nicht so viel Zeit. Was haben Sie denn vor? Ich heirate Alex in ein paar Stunden. Und ich heirate Mathilda. Schade, Paul ist ein Süßer. Danke, Sie sind auch süß. Habe ich das gerade laut gesagt? Nein, ich kann Gedanken lesen. Ich werde Pauls Humor vermissen. Das ist mir so peinlich. Ach, kein Problem. Viele Frauen stehen auf mich. Eine hat mich sogar mal entführt. Echt? Was ist passiert? Oh nein, jetzt geht's los. Alles hat damit begonnen, dass ich geboren wurde. Naja, dann habe ich Julia geheiratet und sie hat zwölf Bomben gezündet. Heftig. Was ist dann passiert? Julia wollte die Erde zerstören, aber Mia und Gott haben alle gerettet. Was meinst du mit Gott? Ja, Gott halt. Wir kennen uns persönlich. Ich kenne auch den Tod und den Teufel. Das glaube ich dir nicht. Ich zeige es dir, Emily. Wen soll ich zuerst rufen? Können wir uns jetzt scheiden lassen? Ruf Gott. Okay. Gott, hörst du mich? Ich bin's, Paul. Was willst du, Paul? Kannst du mal bitte kommen? Warum? Ich habe viel zu tun. Emily, glaub mir nicht, dass ich dich kenne. Gibst du wieder vor einer Frau an, dass du mich kennst? Äh, nein. Das tue ich nicht. Doch, das tue ich. Paul, ich kann Gedanken lesen. Echt? Seit wann das denn? Ich bin doch Gott. Kannst du jetzt mal bitte kommen? Was macht Paul da? Er redet mit Gott. Das finde ich nicht in Ordnung von dir. Komm doch einfach her. Oh mein Gott. Oh Gott, ich habe seinen Namen gesagt. Oh Gott, schon wieder. Aber wir sind doch Freunde. Paul, dafür habe ich keine Zeit. Ja, ist ja gut. Hau rein. Er will nicht kommen. Dann hast du mich wohl angelogen. Nein, warte. Ich rufe den Teufel. Können wir nicht einfach die Scheidung unterschreiben? Teufelin Mia, hörst du mich? Wo bleiben denn Pia und Paul? Lass uns schon mal ein Kleid für mich suchen. Hast du Teufelin gesagt? Ja, der Teufel ist weiblich. Teufelin Mia, hörst du mich? Was willst du, Paul? Kannst du mal bitte kommen? Warum? Ich wollte jetzt Roblox spielen. Ich brauche dich. Komm mal. Ich kann doch nicht auf die Erde kommen. Gott hat mich wieder in die Hölle verbannt. Ach ja. Hm. Warte. Ich frage mal Gott, ob er dich befreit. Ja, mach das bitte. Gott, ich bin es nochmal. Paul. Was ist denn jetzt schon wieder? Kannst du bitte Teufelin Mia befreien? Bist du verrückt? Sie wird wieder die Erde zerstören. Ach, ich pass auf sie auf. Komm schon, Gott. Lässt du mich dann in Ruhe für heute? Ja. Na gut, ich lasse sie frei. Danke, Gott. Teufelin Mia, du kannst auf die Erde kommen. Was passiert hier? Keine Ahnung. Ich glaube, der Teufel kommt gleich zu uns. Wie bitte? Hast du gehört, Teufelin? Das Tor ist offen. Sehr gut. Ich komme. Kommt echt der Teufel zu uns? Ja, sie kommt jetzt auf die Erde. Ist das nicht gefährlich? Ach, Teufelin Mia ist eigentlich ganz cool. Ich bin fast da. Können wir nicht einfach unterschreiben. Wir müssen doch noch die ganze Hochzeit planen. Pia, das ist unhöflich. Emily will den Teufel sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich sie sehen möchte. Sie kommt. Hallo zusammen. Hallo, Teufelin Mia. Ich kann es nicht glauben. Tja, ich habe dir gesagt, dass ich sie kenne. Wir sind gute Freunde. Nicht wahr, Teufelin Mia? Wie kannst du es wagen, mich als Freund zu bezeichnen? Gott, ich glaube, Teufelin Mia will zurück in die Hölle. Äh, nein. Paul ist mein Freund. Guck, Emily, wir sind Freunde. Was ist hier eigentlich los? Keine Ahnung. Frag Deutsch verstehen. Wer ist das denn jetzt? Der hat uns erfunden. Und der Typ ist total verrückt. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich auch nicht. Wie kommt er immer auf so krasse Ideen? Bestimmt stehen alle Frauen auf ihn. Das tun sie nicht. Oder vielleicht doch? Naja, egal. Sollen wir jetzt unterschreiben, Pia? Ja, lass uns das erledigen. Oder willst du noch den Tod sehen, Emily? Er ist ein guter Freund von mir. Ja, das will ich. Paul, wir haben keine Zeit. Ich rufe den Tod. Der hat auch einen süßen Sohn. Das ist total verrückt. Ja, ich sag doch, Deutsch verstehen ist total bekloppt. Da könntest du recht haben. Tod, hier ist Paul. Tod, hier ist Paul. Was ist Paul? Komm mal, Emily will dich sehen. Wer ist Emily? Ist sie hübsch? Ja, Emily ist sehr hübsch. Komm, dann siehst du sie. Tod, ich komme sofort. Wird Emily meine neue Mutter? Ja, vielleicht Todi. Ich muss jetzt los. Darf ich mitkommen? Warte, ich frage Paul. Paul, darf mein Sohn auch kommen? Ja, bring Todi mit. Ich habe den Kleinen vermisst. Okay, wir kommen sofort. Komm Todi, du darfst mit. Juhu. Paul, können wir jetzt bitte die Scheidung unterschreiben? Ich will mich eigentlich nicht scheiden lassen. Ja, sofort. Jetzt chill mal. Hallo zusammen. Sag hallo, Todi. Hallo. Hey, Bruder, was geht? Hallo, Bruder. Alles gut, danke. Oh nein, was macht Teufelin Mia hier? Wir sind auch Freunde. Sei nicht eifersüchtig. Ist doch so, oder? Ja, Paul ist so cool. Paul macht mir Angst. Ist das eine Maske? Nein, das ist mein Gesicht. Hübsch, oder? Ich glaube, sie steht auf mich. Wir haben echt keine Zeit mehr. Wie sollen wir die Hochzeit bis morgen vorbereiten? Ich habe eine Idee. Kannst du bitte die Zeit anhalten? So viel Kraft habe ich nicht. Dann muss ich wohl wieder Gott fragen. Ich kann die Zeit anhalten, Bruder. Echt? Das ist ja krass. Ja, der Tod hat diese Kraft. Ich kann die Zeit für 20 Sekunden anhalten. Du übst ja auch noch, mein Schatz. Hehe, ja, Papi. Halt dann bitte die Zeit an. Okay, Bruder. So, sollen wir jetzt unterschreiben? Ja, gerne. Ich will weiter Pia Müller heißen. Bitte sag, dass du meine Frau bleiben willst, Pia. Dann unterschreiben wir jetzt die Scheidungspapiere. Da liegt der Stift. Bist du bereit, Paul? Ja, und du? Ich will nicht unterschreiben. Ich bin bereit. Das bin ich nicht. Unterschreiben Sie jetzt bitte. Herzlichen Glückwunsch. Kannst du uns zu Alex und Mathilda bringen? Ja, macht euch bereit. Danke, Emily. Bis dann. Komm gerne zu unserer Hochzeit morgen. Okay, werde ich. Los geht's, Teufel in mir. Ah, Tod, du kannst auch zur Hochzeit kommen. Und nimm auch deinen Sohn mit. Alles klar. Jetzt kannst du uns bringen. Haltet euch fest. Warum sind wir im Bus? Wir wollten doch zu Alex und Mathilda. Ich habe euch geprankt. Was ist mit den Menschen hinter dir los? Die bewegen sich ja gar nicht. Tod hat doch die Zeit angehalten. Tod ist so cool. Danke, Teufel in mir. Ich kann auch nett sein. Hey, Schatz. Die können euch nicht hören. Ach ja, stimmt. Kannst du wieder die Zeit starten? Das kann ich doch nicht. Tod, kannst du wieder die Zeit starten? Juhu. Macht's dir Spaß, Todi? Ja. Tod, mach bitte die Zeit weiter. War das, Paul? Ja, mach die Zeit weiter. Okay, Bruder. Findest du das Kleid schön, Alex? Ja, du siehst schön aus, Mathilda. Warum sagst du, dass Mathilda hübsch ist? Wann seid ihr denn gekommen? Teufelin Mia hat uns gebracht. Mia, bist du das? Ja, ich hasse den Englischunterricht, Frau Summer. Warum kannst du fliegen? Und warum hast du Hörner? Das ist nicht Mia. Wer ist das denn? Das ist der Teufel. Wie bitte? Hi. Sie hat es besser verkraftet, als ich gedacht hätte. Wir müssen die Hochzeit organisieren. Wie sollen wir das schaffen? Ich frage mal Gott. Gott? Ja, ich kenne Gott. Irgendwie passen die gut zusammen. Gott, hörst du mich? Was ist schon wieder, Paul? Kannst du unsere Hochzeit organisieren? Wir schaffen das sonst nicht bis morgen. Paul, ich bin Gott. Ich habe keine Zeit für sowas. Bitte tu mir den Gefallen. Ja, ist ja gut. Was macht eigentlich Teufelin Mia? Die ist brav. Echt? Wie hast du das denn geschafft? Ach, die ist wie Mia. Kannst du jetzt alles für uns organisieren? Ja. Wir sind hier heute zusammengekommen, um Pia mit Alex und Mathilda mit Paul zu verheiraten. Hat irgendjemand etwas gegen diese Ehen, dann möge er jetzt etwas sagen oder für immer schweigen. Gut, niemand sagt etwas. Willst du, Alex, Pia zu deiner Frau nehmen? Ja, ich will. Willst du, Pia, Alex zu deinem Mann nehmen? Ich. Hört auf. Was machst du da? Siehst du doch jetzt. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr Part 8 sehen wollt und klickt auf diese Folge.